Alle aktuellen und bisherigen Folgen von One Piece bei Crunchyroll, Neuigkeiten zu SAO und das Ende von The Seven Deadly Sins. Das sind nur drei der zahlreichen Themen, die euch heute erwarten. Vor einigen Tagen erschien mein Debütroman Herz aus Stern und am Freitag wird es noch eine Live-Lesung in München geben. Alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und natürlich werde ich mit meinem Buch auch auf der Leipziger Buchmesse unterwegs sein. Und zwar am Freitag und Samstag je mit diversen Q&A-Panels und Signing-Sessions. Hier trefft ihr mich jedoch nicht allein, sondern vielmehr wird auch die liebe Rehan mit dabei sein. Wir schenken euch coole Sachen, unter anderem gibt es diese Shikishi, die wir euch natürlich sehr gerne signieren werden. Und dann haben wir noch ein weiteres, echt cooles Giveaway. Lasst euch überraschen. Die genauen Zeiten findet ihr nochmals in der Videobeschreibung. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in Leipzig. Ein erster Teaser zur aktuellen SAO-Staffel stimmt euch seit einigen Tagen auf das Finale des Alicization-Arcs ein und führt euch in den Krieg um Underworlds. Gepostet wurde das Video erstmals auf dem offiziellen Twitter-Account der Serie. Inzwischen gibt es auch eine Version mit deutschen Untertiteln. Die im April startende zweite Hälfte adaptiert die Light-Novel-Bände 17 bis 20 und wird insgesamt elf Episoden zählen. Genau wie der Vorgänger entsteht die Staffel beim Studio A1 Pictures und läuft in Deutschland beim Streaming-Dienst Wakanim. Ein neues Poster zum dritten und letzten Teil der Fates Day Night Heavens Field Trilogie, das vor einigen Tagen auf den Social-Media-Profilen des Studios Jufo-Table auftauchte, gibt uns einen neuen Ausblick auf den Abendfüller. Der Film namens Spring Song läuft am 28. März 2020 in den japanischen Kinos an. Wann es hierzulande soweit ist, lässt sich derzeit noch nichts sagen. Der erste Teil ist bereits seit geraumer Zeit auf Blu-ray und DVD bei Peppermint Anime erhältlich. Die Fortsetzung soll Ende Februar erscheinen. Dass sich der beliebte Shonen-Manga The Seven Deadly Sins mitten im großen Finale befindet, wurde schon im letzten Jahr bekannt. Nun verriet der zuständige Redakteur der Serie ein konkretes Enddatum auf Twitter. Demnach endet das Abenteuer der sieben Todsünden mit dem 41. Volume des Mangas. Auf dem Cover von Band 40 wird diese Info bestätigt. Wann genau der letzte Band in Japan erscheint, steht im Augenblick noch nicht fest. In Deutschland befindet sich die Serie bei 29 Bänden. Zumindest uns bleiben die Sünden also noch eine ganze Weile erhalten. Wie der offizielle Twitter-Account zum Edgy-Anime Inter-Species-Reviewers nun verlauten ließ, werden neue Folgen der Serie künftig nicht mehr auf dem TV-Sender Sun TV zu sehen sein. Damit reiht sich die Sendeanstalt in die Kontroverse um den Anime ein, der bereits von US-Publisher Funimation, der nordeuropäischen Wakanim-Division und Tokyo MX selbst in der zensierten Fassung aus dem Programm genommen wurde. Grund dafür sind die expliziten sexuellen Darstellungen der Serie. Der deutsche Simulcast bei Wakanim bleibt davon zumindest bislang unberührt und liefert weiterhin jeden Samstag um 16 Uhr eine neue Episode. Der umstrittene Titel dreht sich um eine Truppe aus Inspektoren, die innerhalb einer klassischen Fantasy-Welt Bordelle der unterschiedlichsten Monstermädchen austesten wollen. Eure Meinung zum TV-Rausschmiss gerne mal in die Kommentare. Die Produzenten der Anime-Adaption der Fantasy-Light-Novel My Next Life as a Villainous All Roots Lead to Doom veröffentlichten vor einigen Tagen einen Trailer, in dem ihr euch einen ersten Eindruck von den diabolischen Machenschaften der Protagonistin Katharina machen könnt. Die Geschichte um ein Otaku-Mädchen, das als Bösewicht in seinem Lieblingsspiel wiedergeboren wird, entsteht beim Studio Silverlink, das man unter anderem von Fate-Collide-Liner Prisma Ilya kennt und wird in Deutschland ab April bei Crunchyroll im Simulcast gezeigt. Auf dem YouTube-Kanal des Fuji-TV-Programmblogs Neutamina tauchte nun ein weiterer Teaser zum neuen Psycho-Pass-Film mit dem Titel First Inspector auf. Neben weiteren Szenen aus der Fortsetzung bietet euch der Clip außerdem die Gelegenheit, in das Ending reinzuhören. First Inspector setzt die Geschichte der dritten Psycho-Pass-Season um die mysteriöse Fuchsjagd fort und soll am 27. März in den japanischen Kinos starten. Zwei Wochen später wird der Abendfüller dann weltweit bei Amazon Prime zur Verfügung gestellt. Der Streaming-Anbieter Crunchyroll war in der Vergangenheit schon in über 60 Co-Produktionen involviert. Beispielsweise engagierte man sich bei Titeln wie Citrus oder Rising of the Shield Hero. Nun verkündete der Service acht neue Crunchyroll-Produktionen. Einige davon stammen von japanischen Studios, wie etwa der Kultschmiede Mappa. Drei der Serien, wie die übernatürliche Romanze Inspector, die in der aktuellen Season zu sehen ist, sind bereits seit einiger Zeit bekannt. Dazu gesellen sich Titel wie die Vampir-Fantasy-Geschichte Noblesse oder die Endzeit-Serie Freak Angels. Ein Highlight dürfte die Dark-Fantasy-Serie Tower of God werden, die im April im Rahmen der kommenden Frühlingsseason durchstartet. Auf ninotaku.de beleuchten wir alle neuen Crunchyroll Originals ganz ausführlich für euch. Einen Link gibt's in der Infobox und mehr Crunchyroll News gibt's im Laufe der Sendung. Der deutsche Publisher Leo9, ehemals Universum-Anime, gab bekannt, dass man sich die Home-Video-Lizenz am Netflix-Abenteuer Die Wahlkinder gesichert hat. Der Titel erscheint am 29. Mai mit deutscher Synchro- sowie japanischer Sprachversion mit deutschen Untertiteln in einer Gesamtbox und entstand beim One-Punch-Man-Studio J.C. Stuff. Und gleich nochmal Leo9-Anime. Unter der Flagge des unbenannten Labels verkündete der Münchner Anbieter gleich noch einen Lizenzeinkauf. So gab man bekannt, dass man sich auch die Rechte am Science-Fiction-Anime Astra Lost in Space gesichert hat. Die Serie soll in absehbarer Zukunft hierzulande auf Blu-ray und DVD erscheinen. Genauere Details zur Veröffentlichung nannte das Unternehmen jedoch noch nicht. Astra Lost in Space lief in der Summer Season 2019 und erzählt von einer Schulklasse, die sich plötzlich auf sich allein gestellt in den Weiten des Weltalls wiederfindet. Vor zwei Wochen habe ich auf meinem Kanal in einem weiteren Teil meiner Videoreihe Die fabelhafte Welt der Anime ausführlich die Anime-Strategie des Streaming-Dienstleisters Netflix erläutert. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal in die Beschreibung, dort gibt es einen Link. Und auch heute gibt es wieder Anime-News vom VOD-Riesen. Wie ein Eintrag in der Datenbank von Netflix verrät, sicherte man sich die Lizenz an dem Schonen-Klassiker JoJo's Bizarre Adventure. Die Serie wird mit mehreren Staffeln am 1. März starten, auf wie viele Episoden wir uns dabei freuen dürfen, ist aktuell noch unklar. Ebenso wie die Frage, ob der Anime mit deutscher Synchro oder lediglich auf Japanisch mit deutschen Untertiteln erscheint. Außerdem bestätigte Netflix vergangene Woche den finalen Release-Termin von Naruto Shippuden, nachdem die lang ersehnte und bereits angekündigte Veröffentlichung zunächst ausblieb. Das Ninja-Epos soll demnach ab dem 31. März zum Abruf bereitstehen. Wie viele Episoden der Serie der erste Drop beinhaltet, ist derzeit noch nicht bekannt. Bereits ein paar Tage früher, nämlich am 19. März, debütiert der Anime-Spin-Off-Movie zur Live-Action-Serie Altered Carbon mit dem Titel Resleeved. Und am 23. März startet mit Sollivante, der erste Anime, der komplett in nativem 4K animiert wurde. Genaue Details zur Story sind noch ein wohlgehütetes Geheimnis, fest steht jedoch, dass das Projekt vom Studio Production IG animiert wird. Der Online-Shop Anime Planet ist wieder online und präsentiert neben einem neuen Logo auch eine coole 3-für-2-Aktion. Zudem dürft ihr euch in der kommenden Zeit auf eine breitere Anime- und Merchandise-Auswahl freuen. Apropos Anime, ich verschenke alle aktuellen Monats-Releases vom Anime-Publisher KSM auf meiner Instagram-Seite, schaut also gerne mal vorbei. Und nun hissen wir die Segel für das Anime-Highlight der Woche. Der Streaming-Anbieter Crunchyroll ließ am Wochenende eine gewaltige Bombe platzen. So sicherte man sich die Lizenz an sämtlichen Folgen des Anime-Klassikers One Piece. Bereits am Montag ging es los mit der Simulcast-Ausstrahlung der aktuellen Episode. Zudem werden sämtliche bisherige Folgen auf dem Streaming-Dienst zur Verfügung gestellt. In welchem Rhythmus die alten Episoden nachgereicht werden, ist derzeit aber noch nicht bekannt. Klar ist allerdings, dass die Folgen ausschließlich auf Japanisch mit deutschen Untertiteln erscheinen. Um die bisher über 900 One Piece-Episoden bei Crunchyroll erleben zu können, benötigt ihr ein Premium-Abo, das mit 4,99 Euro monatlich zu Buche schlägt und Zugang zu zahlreichen weiteren Anime mit Dapp und Zapp, unzensierten Fassungen, Werbefreiheit und sofortigem Zugang zu neuen Simulcasts bietet. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der aktuellen Anime-News. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar oder ein Däumchen nach oben da. Sie waren wie immer ein hervorragendes Publikum. Vielen Dank fürs Zugehen. Vielen Dank fürs Zugehen.